Wenn ich mit Wanda kommende Woche mal zum Friseur fahre, dann würde ich mich schneiden lassen. Ich habe hier einen Tonny, ne, auch nicht vom Friseur fahre, oder einen kompletten Karschnitt, dafür ist noch nicht lang genug. Okay, kann nicht. War nur ne Idee, weil die die Haare halt immer noch in die Augen kriegt häufig. Ach du ey. Oh Gott, Gogo! Gogo! Oh Gott! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.